Aha! Schaut mal, wer da am Hintergrund wieder ankommt. Na mein Freund, komm mit. Dann wollen wir mal. Du wirst es nicht nach Kapdun zurückschaffen. Denn wir gehen zusammen zu Ortega. Wenn wir es denn irgendwie schaffen, unter dem ganzen Geruckel da irgendwie mal hinzukommen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das was wird. So, bist du dabei? Ja, er ist dabei. Den Scavenger können wir auch mal am Leben lassen. Gut. Wir können ja auch mal so spaßeshalber in Richtung Vanguard gehen und uns anschauen, wie das dort aussieht. Denn dort kommen wir nicht weiter. Äh, dort kommen wir nicht in die Stadt rein. Es ist ja eine magische Kuppel drumherum gezogen und vor allen Dingen ist ein Feldlager davor aufgebaut. Von den Orks. So, hier drüben vielleicht schon? Kann das sein? Hier habe ich gar nicht geguckt bisher. Was gibt es denn hier? Nee, gehen wir bloß um den Felsen drumherum, okay. Das hat sich jetzt wahnsinnig gelohnt. Und Cyrus ist auch schon wieder hängen geblieben irgendwo. Komm Junge, wir gehen andersrum. Da musst du dich hier nicht abmühen auf dem Felsen. Ab durch die Hirsche. So. Und ich habe meine Waffe immer noch nicht geschärft, fällt mir gerade ein. Müssen wir, wenn wir mal wieder in der Stadt sind, in einer vernünftigen Stadt, dann erledigen. So, die nehmen wir natürlich gerne mit hier, die Königstistel. Flammenbeere. Verdammt. Ich rate immer falsch. Okay, dann jetzt wieder das alte Problem. Wir haben keine Ahnung, wo Ortega ist. Ach, komm. Fang dich wieder. So, dann erstmal hier gegen kleine Blutfliege. Zack, zwei Hiebe, tot. Natürlich ist das erledigt. Was denkst du denn? So, gucken wir mal hier drüben. Waren wir eigentlich schon da unten bei dem Steinkreis? Bin mir gar nicht sicher. Naja, können wir ja mal mit gucken demnächst. Yay, ein Nashorn. Haben wir noch gar nicht gehabt, oder? Ich finde auch interessant, dass die in Methaner rumspringen und nicht in Marant. Ein Mist viel weniger. So, ein schönes Horn eines Nashorns. Was? Goldwert 200. Na Mensch. Ich glaube, so viel haben wir nicht mal für die Schattenläuferfälle gekriegt. So, oh Gott, ist das schrecklich heute. Bist du da? Ja, bist da. Okay. Hasi? So. Hasi ist tot. Macht nix. Ich hab den Kassenzettel noch. So. Und haben wir hier Waldschrat. Oder nur Schrat halt. So. Ist ja im Prinzip wie wenn wir gegen Zombies kämpfen. Ist ja auch nichts anderes. So. Das sollte nicht das Problem darstellen. Ich finde aber interessant, dass wir hier noch nicht waren. Oh, ich hab grad... Ach so, das war Cyrus wahrscheinlich, ja? Gegen wen kämpft der denn? Nicht aufgepasst hier. Kann man hier in den Busch wegnehmen? Ich sehe nichts. So. Wo ist denn Cyrus abgeblieben? Ach, hier vorne. Okay. Muss mir doch jemand sagen. Los, der kämpfende Schwarzmager räumt mit euch auf. Äh, Schwarzmager. Wassermager meine ich natürlich. Irgendwie hab ich mir die Kämpfe hier oben einfacher vorgestellt. Jetzt, wo wir doch so unglaublich mega stark sind. Oh, na toll. Nicht, dass ich hier noch sterbe. So. Cyrus, du musst dich mal allein um den kümmern. Ich muss erst mal was essen. Ich guck euch dabei ein bisschen zu. So. Machst du gut, machst du gut. Sieht klasse aus. Wieso fällt der Schrat eigentlich nicht um und hält sich den Bauch, wenn er einen Stich abkriegt? So. Aber er fällt um und hält sich gar nichts mehr, wenn wir ihm ein bisschen in den Rücken und in die Beine hauen. So. Die Stachelkeulen können wir auch mitnehmen eigentlich. Das ist ja wenigstens mal kein Knüppel. So. Noch ein dritter Wolf, den wir irgendwie ausnehmen konnten. Ja, hier. Oder zweite oder was weiß ich. Ist auch egal. So, dann würde ich sagen, hier geht's nach Vengard. Da sollte man ja eigentlich nicht hin, aber wir können mal in die Richtung gehen und schauen, was es da Tolles gibt. So. Und vielleicht ist ja auch Ortega irgendwo in die Richtung. Hier gibt's auf jeden Fall schon mal eine Höhle, aber ich glaub, da gibt's keinen Ortega drin. Äh, fass ich's denn. So, komm kleiner Dobbo-Mistkerl. Ja, die stellen jetzt natürlich kein großartiges Problem mehr für uns dar. Dem hast du's gezeigt! Die können wir jetzt mal so nebenbei mit weghauen. Die kriegen ja... Die halten ja gar nichts mehr aus bei uns. Liegt aber einfach daran, dass wir ganz schön hohe Stärke haben und auch dazu noch jetzt ganz gute Waffen. Die Krummschwerter, die sind ja doch schon nicht so übel. Das war's mit dir, du Mistvieh! Richtig! Das war's mit dir, du Mistvieh! Kommst du mit, Cyrus? In die Schrat-Höhle? Zombie-Höhle, was? Okay. Damit hab ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass wir auf Zombies treffen. Na gut, was soll's. Bin ja mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Skelette, was? Wo kommen wir denn hier hin? Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich glaub, wir sollten erst mal flüchten. Komm, Cyrus, komm! Scheiße! So, speichern. Oh oh, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen für Cyrus. So, und für uns unter Umständen auch nicht. Ich weiß es nicht. Na, schaffst du's noch mit dem Speichern dann? Ja, gut. Gut. So, aber ja, er schlägt sich wacker. Oh, scheiße! Mitten rein in die Menge, jawoll! So, und zurück. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Oh, ich muss echt aufpassen. So, erst mal ein Stück hoch. Ja, ich wollte gerade sagen, erst mal ein Stück zurück. Toll, hier unten sieht's ja auch nicht besser aus. Wo kommen wir denn hier hin? So, erst mal euch hier weggehauen. So. Das ist ne Mumie, oder? Ja, das ist ne Mumie. Ich hasse Mumien. Oh. So. Cyrus muss oben einfach durchhalten. Das tut mir jetzt leid für ihn. Da muss er durch. Ah, ich muss dem Skelett noch einen Schlag verpassen hinter mir. So, jetzt aber. Erst mal auf das Skelett. So, jetzt aber die Mumie. So. Ich frag mich gerade, wie es Cyrus oben so geht. Und ob man hier nicht ein bisschen Licht machen könnte. Das wäre eigentlich sehr schön. So. Ja, ich seh nichts. Ich mach einfach meine Fackel an. Dankeschön. Ach, da ist der Ausgang. Okay. Wow. Hey, wenn der runterkommt, bedeutet das, dass Cyrus jetzt tot ist? Ähm. Nein. Er ist nicht tot. Du darfst die Waffe ziehen. So. Da retten wir erst mal unseren Freund. So. Na klar doch. So. Und er verliert keine Zeit und geht sofort wieder auf den Nächsten los. So schlecht kann es ihm also nicht gehen. Und dann wäre es ja nur noch der Zombie. Mensch, das haben wir ja eigentlich ganz gut gelöst. Dann ganz souverän. So sind wir dann durchgekommen. Alter, warum mache ich mir solche Sorgen um Cyrus? Der hat fast nichts abgekriegt. So, wieder die Fackel an. Ich sammle hier jetzt nichts ein. Habe ich keine Lust drauf. Und dann gucken wir mal, wo wir hier eigentlich hinkommen. Was gibt's denn hier? Das wert wäre, gegen die ganzen Zombies und so zu kämpfen. Viel Gold und Schätze auf jeden Fall. Das ist schön. Ich frage mich aber, was das ist, ganz ehrlich. Wer bist du? Gold Pokal und noch ein Silber Pokal wahrscheinlich dann. Ja. Ansonsten ist ja auch nichts. Was zur Hölle ist das? Wäre mal interessant zu wissen. Aber vielleicht Grabkammer irgendeines großen Helden oder so. Ich weiß es nicht. Na gut. Soll uns jetzt aber auch nicht so groß interessieren. Ich dachte mir aber schon, dass das irgendwie sowas ist, weil diese Steine hier nicht so natürlich aussehen, die hier den ganzen Weg säumen. Soll uns nicht weiter kümmern. Wir gehen weiter. Allerdings muss ich jetzt erstmal was essen. So, rein damit. Und gespeichert erstmal. Das muss sein, denn da wir das jetzt erstmal geschafft haben, bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Gut. Und dann gucken wir mal, was es hier unten in Richtung Vanguard gibt. Wir sehen die Stadt schon im Hintergrund. Und wir sehen auch schon die Energieblitze der magischen Barriere Gesundheit, Cyrus. Also wir werden da nicht vorankommen. Und wir sehen schon, da unten ist auch dieser Org-Belagerungsring. Wir könnten mal schauen, wie viele das sind. Wenn es nicht zu viele sind, könnten wir da eigentlich mal draufhauen. Denn ich glaube, dafür gibt es auch einen Quest, dass wir das tun sollen. Also, dass wir den Belagerungsring auflösen sollen. Ich glaube aber, das schaffen wir nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es schön, dass die Scavenger mit einem Schlag sterben. Die halten ja wirklich nichts mehr aus. So, gucken wir mal. Vielleicht greifen die uns auch gar nicht an. Das kann natürlich auch sein. Immerhin sind wir ja Org-Söldner und haben einen Org-Söldner dabei. So. What? Warum? Ich habe euch noch gar nichts getan. Was soll denn der misst? Na gut, vielleicht schaffen wir es, wenn wir die ein bisschen separieren. Oh, ach nee. Jetzt fangen die auch noch an mit Armbrust hier. Nee, komm, da gehen wir. Cyrus, wir gehen. Cyrus, wir gehen. Cyrus, wir kämpfen. So. Nee, weil die Sache ist, jetzt hat sie sich ja doch ein bisschen aufgespalten. Da kriegen wir die bestimmt hin. Und das sind ja sowieso böse Orgs hier. Also die können ja niemanden interessieren. Das kann ja niemanden stören, wenn wir die umbringen. Ich würde bloß ganz gern ruckelfrei kämpfen. Das wäre eigentlich geil. Aber ich glaube, das ist mir nicht vergönnt. Wieso geht der jetzt auf mich los? Der hat doch gerade gegen Cyrus noch gekämpft. Na gut, dann muss Cyrus halt als Bolzenfangstelle dienen. Irgendeiner muss da die Bolzen abfangen. So, ich gehe aber einmal runter und überrasche den Freund hier. Falle ihm in den Rücken. So, da wird er gar nicht erst dazu kommen, seine Waffe zu ziehen. Wollte er auch gar nicht, wie es mir schien. So. Die Pfeile, äh Quatsch, Pfeile. Die Bolzen nehmen wir natürlich gern mit. Und jetzt geht Cyrus wirklich nicht mehr gut. Okay. Vielleicht sollten wir ihm dann mal einen Heiltrank geben. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, alles eingesammelt. Cyrus. Hier. Okay. Da hat er sich zumindest ein bisschen jetzt... Oder kann sich zumindest ein bisschen wieder regenerieren. Ach, okay. Cool, bei NPCs wirkt er zu 100% der Heiltrank. Das ist schön. Das hätte ich auch gern mal. So. Und den Rest noch. Das sind immer noch ziemlich viele, ne? Na, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es wieder ein paar abzusondern. Oder wir können ja mal auch hier unsere Armbrust benutzen. Haben wir noch gar nicht gemacht. So. Bolzen in den Rücken. Nein, Cyrus geht nicht hin. Nein. Scheiße. Jetzt geht Cyrus ernsthaft drauf auf die Meute. Ich fasse es nicht. Na gut. Dann bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Als zu sterben. Wow. What? Wer hat denn den Schamanen auf uns losgelassen hier? Oh Gott. Ja, das werden wir sicher nicht schaffen. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ja. Ja, damit hat sich das auch erledigt. Okay, dann lassen wir das. Ich könnte höchstens mal noch versuchen, Cyrus in die Ecke zu stellen und dann die anzulocken. Klar, warum eigentlich nicht? Ach ja, aber ich werde jetzt gar nicht mehr so lange machen, glaube ich. Mir geht es ja immer noch nicht so gut. Und man hört es, glaube ich, auch an der Stimme ganz schön, oder? Ähm. Ich werde jetzt mal gucken, wie spät es eigentlich ist. Sekunde, bitte. So, okay. Ich habe es schon wieder ganz schön lange aufgenommen, stelle ich gerade fest. Cyrus, komm mal mit. Wir gehen mal nach hier oben und dann stellst du dich hier hin und bleibst da. Nach hier oben, genau. Wir gehen noch zu der Truhe mit. Die können wir auch noch mit aufmachen. Ich brauche einen Dietrich. Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich. Warum gehen dir ständig die... Ich warte hier. Warum gehen dir ständig die Dietricher aus? Ja, halt die Fresse. Ständig gehen dem Kerl die Dietricher aus. Ich fasse es nicht.